Die US-Küstenwache verfolgt seit Wochen ein mutmaßliches russisches Militärschiff in den Gewässern vor Hawaii. Man vermute, dass das Schiff zu Spionagezwecken in der exklusiven Wirtschaftszone unterwegs sei. Das Schiff befindet sich aber in internationalen Gewässern. Ein gefährliches oder unprofessionelles Verhalten konnte man bisher nicht beobachten. Ausländische Militärschiffe dürften im Einklang mit den internationalen Normen die exklusive Wirtschaftszone durchfahren. Das teilte die US-Küstenwache mit.